Heute geht es in die Twitter-News, in die Twitter-Trends und MontanaBlack ist mal wieder Thema. Diesmal rechnet so ein bisschen der ehemalige Mod von ihm ab. Big Mac, kennen vielleicht viele von euch auch, die die Streams wie ich auch hier und da mitverfolgen von MontanaBlack. Und ich bin jetzt absolut kein MontanaBlack-Fanboy. Ich mag ihn, ich gucke ihn gerne und habe mich auch damals gefreut, als er, glaube ich, auch meinen Kanal hier abonniert hat und auch mal auf mich reaktet hat damals. Das ist absolut natürlich cool für mich gewesen, aber ich bin jetzt wirklich keiner, der jetzt blind irgendwelchen Leuten hinterherläuft. Ich habe auch mit ihm persönlich jetzt keinen Kontakt. Ich sage hier meine Meinung, bevor Leute wieder kommentieren, ja, du willst doch jetzt hier nur in den Arsch kriechen oder was weiß ich. Also spart euch das. Ich bin hier wirklich ganz unabhängig, mache meine Videos seit Jahren, und sage meine Meinung und bin komplett selbstständig, ohne von irgendwelchen Leuten abhängig zu sein. Dennoch fand ich das jetzt hier sehr anmaßend und auch nicht in Ordnung. Und was ist jetzt überhaupt passiert? Fangen wir bei dem Thema auch endlich an. Big Mac ist der ehemalige Mod von MontanaBlack und wurde sogar für seine Mod-Tätigkeit, was gar nicht üblich ist, ja, unbedingt zumindest, bezahlt und das nicht zu knapp. Und MontanaBlack hat in seinem Stream auf Mark Eggers reacted und Mark Eggers macht ja immer so Straßenumfragen und der hat einfach mal rumgefragt, Mensch, was verdient ihr denn überhaupt? Und ich finde das Format gar nicht so schlecht, weil es einfach auch diesen unrealistischen YouTube-Lifestyle mit, ja, ich verdiene hier 20.000 Euro im Monat und mehr, auch mal offen zeigt, was normale Leute, die arbeiten gehen, im Monat verdienen. Und da hat eine junge Frau gesagt, dass sie 1.700 Euro netto als Schulsekretärin verdient, was auch vollkommen normal ist und ein ganz normales und auch eigentlich gutes Gehalt ist. Ja, auch klar ist es heutzutage viel zu wenig, ja, wir brauchen nicht über die Gaspreise und Co. sprechen. Inflation ist da und uns geht es allen irgendwie momentan so ein bisschen schlechter, ja, die jetzt normales Gehalt nur zur Verfügung haben. Und niemand ist in der Regel so privilegiert wie Montana Black, der von zu Hause aus sehr viel Kohle verdient mit einem Hobby. Ich bin auch gesegnet mit dem, was ich hier mache und ich verdiene einen Bruchteil von dem, was Montana Black im Monat hat und kann trotzdem davon leben mit zwei kleinen Kanälen, ja, und ein bisschen Streamerei. Also das nicht zu knapp, ja, also es ist wirklich so, ich bin gesegnet, ja, selbst ich. Und Montana Black hat nochmal wesentlich mehr. Ja, und klar sprechen wir dann aus einer privilegierten Rolle, aber ich finde, Montana Black hat da gute Sachen gesagt, ja. Also man kann auf jeden Fall anprangern, dass die Leute heutzutage viel zu wenig verdienen und es kaum noch was übrig bleibt am Ende des Monats. Und eigentlich Leute, die 40 Stunden in der Woche arbeiten, auch wesentlich mehr verdient haben, ja, gerade in den Pflegeberufen und auch generell in sämtlichen Branchen wird viel zu wenig gezahlt. Jetzt auch klar, gerade während der Inflation, wo alles im Supermarkt immer teurer wird, die Wohnungspreise durch die Decke gehen, da hätten die Menschen, da spreche ich, glaube ich, uns alle an, wesentlich mehr verdient und die Steuern könnten auch mal gesenkt werden, ja, wenn ich dem Monolog hier noch zu Ende führen darf, ja. Aber gehen wir jetzt hier auch ans Eingemachte. Also Montana Black hat da gar nichts Schlimmes gesagt in diesem Clip und dann wurde sich von Big Mac aufgeregt. Und dann hat er gesagt, ich habe vier Jahre lang 1.700 Euro netto von Monte bekommen, davon die ersten sechs Monate 1.500 Euro. Für zwei Monate wurde ich immer noch nicht bezahlt. Gut, das ist ein Punkt, da könnte man jetzt drüber sprechen, Monte, bezahl den Jungen, auch wenn es nervt, ja. Aber wenn ja der das zu bekommen haben sollte und das wirklich nicht gezahlt wurde, dann ist das natürlich blöd. Mit diesem Wissen sind die nächsten beiden Videos noch viel unterhaltsamer. Ja, und dann geht es hier weiter und ihr seht dann hier den nächsten Clip. Außerdem hat er sich schon häufig über die Inflation aufgeregt, dass doch immer alles teurer wird und nur die Löhne gleich bleiben, während mein Lohn gleich blub und er immer wusste, dass ich zuschaue. Das kann man natürlich kritisieren, ja, aber im Prinzip ist es ja ein Fakt. Ja, es ist ein Fakt, dass alles teurer wird. Das ist auch für Montana Black der Fall, wenn er zum Beispiel auch sein Merch auf den Markt bringen möchte oder, ja, seine Klamottenmarke, dann kostet der Rolling des Pullovers natürlich jetzt mehr als noch vor ein paar Jahren, ne. Also deswegen, das ist alles, merkt man auch, wenn man mehr Geld hat, dass das alles teurer geworden ist, auch beim Einkaufen und Co. Oder wenn man ins Restaurant geht und um einen gewissen Luxus sich gönnt, auch die ganzen Markenklamotten sind auch wesentlich teurer geworden. Ja, man konnte vor ein paar Jahren teilweise für mehrere hundert Euro weniger die Sweatshirts sich kaufen. Die gehen wirklich alle durch die Decke mit den Preisen. Das ist unfassbar geworden. Und klar sind das dann Luxusartikel und das führt jetzt auch zu weit. Aber ich denke, dass das jetzt einfach ziemlich undankbar ist, weil am Ende, ne, ist eine Modstelle, ich bezahle zum Beispiel meinen Mods bislang nichts, weil ich es nicht kann. Ja, ich würde gerne meinen Mods auch was bezahlen. Aber das würde sich bei mir nicht tragen, ne. Und in ganz, ganz guten Monaten, und das ist jetzt nicht, wenn der Kanal hier so gut läuft, sondern weil mein Trashkanal sehr gut läuft, hatte ich schon mal so 10.000 Euro Monate mit YouTube. Also wirklich Real Talk, ja, weil der RPM dort sehr, sehr gut ist und hier ist der jetzt so mittelmäßig. Dann hat sich das zusammen geleppert, also auch wenn ich so knapp eine Million Klicks mache, hatte ich Glück und bin gesegnet. Dann streame ich noch ein bisschen und dann kommt es noch oben rauf, ja. Klar ist das dann Vorsteuer. Aber nur, dass ihr versteht, ja, in solchen Monaten würde das gehen, dass ich vielleicht noch ein, zwei Mods auch so ein Gehalt zahle, aber das geht natürlich auf Dauer gar nicht, ne. Weil meistens das wesentlich weniger ist, was ich verdiene. Dann kann ich mich finanzieren, aber jetzt nicht noch meine fünf, sechs Mods bezahlen. Und Montana Black ist in einer anderen Situation, der verdient natürlich wesentlich mehr Geld als ich und kann seinen Mods was wiedergeben und sagt, Mensch, okay, ihr seid jetzt hier gefordert, ich möchte euch jetzt hier drei, vier Mal die Woche im Stream haben. Die Streams gehen fünf Stunden. Ich bezahle euch aber auch dafür. Und ich finde, 2.500 Euro für so viel streamt Montana Black, nicht? Lass das drei, vier Mal die Woche sein, immer so fünf bis sechs Stunden, würde ich jetzt mal so sagen. Vielleicht sind es auch mal sieben Stunden. Lass das jetzt so ein Workload in der Woche von 20 bis 25 Stunden sein und vielleicht noch mal ein bisschen, ja, Assistentenarbeit, was jetzt Big Mac auch schrieb, als Rechtfertigungsgrund. Dann lass das jetzt aufgerundet zwischen 25 bis 30 Stunden sein. Er kann mir gerne schreiben, wenn das jetzt 60 Stunden die Woche waren, dann sage ich nichts. Wenn er jetzt wirklich noch komplett die Buchhaltung von Montana Black gemacht hat und, ja, dann kann man natürlich sagen, okay, das ist schlecht bezahlt. Aber ich glaube, Montana Black hat ihn sehr, sehr, sehr fair bezahlt. Ich weiß, was man normalerweise für 40 Stunden verdient. Und wenn man jetzt, sage ich mal, im Stream sitzt und den Chat leitet und hier und da mal jemanden bannt und nebenbei seine Pizza isst, ja, und nebenbei vielleicht auch noch ein bisschen Homeoffice macht, dann kann man nebenbei ja sogar noch arbeiten und ganz locker den Stream leiten. Und ich glaube, Montana Black ist jetzt auch nicht jemand, der sofort dann rummeckert, wenn da mal nicht jemand sofort gebannt wird. Abgesehen davon, dass er auch den Sub-Only-Mode immer anhat. Also da muss man ja auch Sub sein, um da überhaupt reinschreiben zu können. Und dann sind sowieso nicht ganz so viele Trolle unterwegs, meiner Meinung nach. Also wenn ich die Streams gucke, war es eigentlich mal relativ ruhig und chillig. Also ich weiß nicht. Und er sagt ja immer, Big Mac, stille Treppe für XY. Und dann kann der reagieren und weiß Bescheid. Also ganz ehrlich, Monte, melde dich bei mir. Ich mache das dann. Nee, mehr, ja, für 2,5 Brutto mache ich das noch zusätzlich. Und wir müssen uns dann nur mit den Streams ein bisschen absprechen, dass ich dann irgendwie nach dir online gehe. Dann kannst du mir nochmal bei Twitch helfen und so nach dem Motto. Nee, aber es ist wirklich so, keine Ahnung. Also ich verstehe nicht, wie man sich über so ein Gehalt, was man von zu Hause auf dem Hintern sitzt, nebenbei seine Chips essen und chillen. Und ich verstehe wirklich nicht, wie man da meckern kann. Ich finde das sehr großzügig, einem Mod 2.500 Euro brutto zu bezahlen. Also ein volles Monatsgehalt für viele. Also da muss man theoretisch noch nicht mal mehr arbeiten gehen. Und wenn er noch nebenbei arbeitet, wird er sehr, sehr gutes Geld bei Monte bekommen haben. Klar kann man dann auch sagen, weil ich glaube, mit Monte kann man auch sprechen und man sagt, du, sag mal, das artet langsam ein bisschen aus hier so von der Stundenanzahl. Wäre es vielleicht möglich, dass wir vielleicht auf drei oder dreieinhalb hochgehen. Ich glaube, selbst das hätte Monte gemacht. Am Ende kann er das ja von der Steuer abziehen, wenn er noch mehr Personal bezahlt. Also weiß ich nicht. Reden hilft. Aber wenn man dann immer gegeneinander schießt, und das ist sehr häufig der Fall, dass dann irgendwelche Leute dann einen schaden wollen und sagen, oh, der ist ja ganz blöd, der Typ. Und schrecklich. Und wie der mit mir umgeht. Ich kriege hier nur zweieinhalbtausend Euro für auf dem Hintern sitzen von zu Hause aus. So ein bisschen Streamlighten. Ich meine auch, dass der sogar auch mal einen PC bekommen hat. Also das habe ich mal gehört. Kann ja auch, wie gesagt, mir gerne nochmal privat hier bei Twitter schreiben und sagen, ey, das stimmt überhaupt nicht, was du alles sagst. Aber ich finde, das kommt jetzt alles so ein bisschen undankbar rüber. Und gerade wenn das jetzt über vier, fünf Jahre hier so funktioniert hat, mit einem richtigen Gehalt, dann muss ja auch das nicht alles schlecht gewesen sein. Und ich weiß nicht. Irgendwie schwierig. Und es ist ja auch vollkommen in Ordnung, wenn er da keinen Bock mehr auf Monte hat und Monte auf ihn nicht, aber so gegenseitig nachtreten, finde ich immer so ein bisschen daneben. Und das ist komischerweise auch nur bei Leuten, die dann einen gewissen Erfolg haben. Oder wenn man so ein bisschen mehr als andere hat, dann wird immer irgendwie sich was gesucht, was man finden kann, um dem zu schaden. Und das ist irgendwie so ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Selbst die Leute, denen man irgendwie helfen wollte und Personal eingestellt hat, also ihm quasi dann noch bezahlt hat für eine Tätigkeit, was die meisten umsonst machen. Also meine Mods machen das aus Spaß, an der Laune, weil sie mir helfen wollen. Da bin ich auch sehr dankbar drüber. Und der bezahlt jetzt seinen Mods anscheinend zweieinhalbtausend brutto. Und die kriegen da ihre 1.7 raus, was manche nach dem Studium nicht haben. Und mein lieber Scholli, also ich bin da echt geschockt gewesen. Aber nun gut, ich bin gespannt auf euer Kommentar. Wie gesagt, das ist jetzt hier kein blindes Hinterherlaufen. Mir ist das auch vollkommen egal, wie das jetzt ankommt bei euch. Aber ich fand es jetzt sehr unfair gegenüber Monter, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da der auch in den Trends, der häufig Thema ist und sehr schlecht gemacht wird, oft, wenn der mal etwas falsch sagt. Und auch zu Recht hier und da kritisiert wurde in der Vergangenheit. Da brauchen wir auch nicht drüber reden. Da habe ich hier auch immer auf meinem Kanal gemacht. Finde ich es jetzt auch mal wichtig, dass man auch mal so ein Thema anspricht und sagt, ey, der benimmt sich irgendwie daneben und ist irgendwie lächerlich gerade. In meinen Augen. Das soll es dann für heute gewesen sein. Bleibt für mehr gerne kostenlos am Ball. Auch gerne dann wieder vor der Kamera. Momentan bin ich einfach so ein bisschen am Schälen hier am Mikrofon. Mache jetzt Feierabend. Wir sehen uns dann die nächsten Tage wieder vor der Kamera. Bleibt am Ball. Bis dann und ciao, ciao.